Herzlich willkommen bei Fasnethautnah. Ich bin Marcel Schmitz, euer Fasnetzexperte. Heute entführe ich euch zu einem echten Klassiker. Schaut euch mal das hier an, was da oben steht. 50. großer närrischer Nachtumzug. Einer der ersten Nachtumzüge, die es überhaupt gegeben hat in Baden-Württemberg und allgemein, findet in Ochsenhausen statt, ganz traditionell am Fasnetzfreitag. Und das ist ein mächtig stimmungsvoller Nachtumzug. Beinahe hinter jeder Gruppe stecken sie eine Musik und das macht natürlich den besonderen Reiz dieses Umzuges aus. Und dazu kommt noch, dass das eine Region ist, wo ganz viele Narrenrufe gerufen werden. Und auch ganz besondere Narrenrufe, zum Beispiel über der Grosch hockt der Frosch, wo hockt der Frosch, über der Grosch. Also ganz spezielle Rufe und eine Menge Stimmung durch die ganze Musik. Und natürlich mächtig viel Tradition. 50. Nachtumzug. Viel Spaß. Fasnetzhautnah in 4K Fasnetzhautnah in 4K Fasnetzhautnah in 4K Fasnetzhautnah in 4K Fasnetzhautnah in 5K 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Musik 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 Schweizer! Stolz! Schweizer! Stolz! Schweizer! Stolz! 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 Das war's auch. Untertitelung. BR 2018 ZDF, 2020 Freikorps Musik 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 Mach es auf groß! Hier für den Gas! Mach es auf groß! Mach es auf groß! Mach es! Fisch fest doch! Mach es auf groß! Schau, das ist nicht das. Usei die Aufregung! Wenn du den Körn hier rutschst, abschließen Sie die Aufregung! Springen würde ich auf? Schau! Musik 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 Das war's. O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.oL.o.o.o Vielen Dank. 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 Vielen Dank.